Der sportliche Allrounder ist unser Moab Jam. Sein flexibles und körpernahes Tragesystem ACS Tide ist das Richtige für sportlich Aktive. Schultergurte und Hüftgurte zeichnen sich durch besondere Belüftung und Flexibilität aus. Wie alle unsere Fahrradrucksäcke ist der Moab Jam mit Helmhalterung, Fahrradlicht und Luftpumpenfixierung ausgestattet. Für eine Radtour ist auch eine Trinkblase praktisch. Die Trinkblase lässt sich im Rucksack verstauen und der Trinkschlauch am Schultergurt befestigen. Wer also zum Beispiel in Südtirol eine Radtour plant, findet in der Moab Jam Serie den passenden Rucksack.